Wir haben heute einen neuen Gast hier, den Mann aus dem Mülleimer. Ja, ich würde gerne an einem Spielprogrammierkurs teilnehmen. Welche Qualifikationen haben Sie denn? Ja, ich habe, wie Sie sehen können, die Matrix programmiert und dabei hat mich geantwortet und hat mir Kaffee gebracht, während ich programmiert habe. Was halten Sie von Open Source? Ob du es weißt? Was ist das? Tut mir leid, wir können Sie leider nicht in den Kurs aufnehmen, wegen mangelter Qualifikation. Schade.